Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es mal eine Analyse vom Hang Seng Index. Das sind die 45 größten Aktien am Hongkonger Aktienmarkt, Stock Exchange, und die repräsentieren so ca. 70% des kompletten Marktvolumens dort drüben. Ja, den Hang Seng beobachte ich schon seit Längerem. Ganz interessant finde ich, dass hier im Frühjahr eine starke Aufwärtsbewegung beendet worden ist und jede Aufwärtsbewegung muss korrigiert werden. Dort sind wir auch schon weit vorangeschritten. Und zwar haben wir hier die A und B meines Erachtens schon abgeschlossen und befinden uns jetzt in der finalen Phase dieser C. Jetzt zoomen wir etwas mal rein und zwar in den 4-Stunden-Chart. Dort sehen wir schon, ja, von der C, die sich dann wieder in 1, 2, 3, 4, 5 gliedern muss, haben wir auch die 2 schon abgeschlossen. Jetzt am 11, was ist das für ein Datum, der 14. Mai wurde dieses hoch ausgebildet, was ich jetzt als 2 bezeichne. Ja, und jetzt sollte langsam die 3 Fahrt aufnehmen, die uns locker 3000 Punkte nach unten befördern kann. So, hier kann man auch schon, wenn man ein bisschen genau reinguckt, eine 1 fertig zählen, dann wieder eine Korrektur, A, B, C. Und jetzt sind wir so mitten im Start quasi der 1, der 3, der 3. Ja, vielleicht nochmal einen kleinen Zuckel nach oben am Montag und dann sollte dieser ordentliche Rutsch stattfinden. Ja, den wollte ich euch einfach nicht vorenthalten, weil das Chancen-Risiko-Verhältnis ist hier in dem Fall, wenn wir bei 30.608 Punkten einsteigen, müssten wir aussteigen bei 31.592. Also gut 1000 Punkte, das muss dann jeder mit seinem persönlichen Volumina, Trading-Volumina berechnen. Ja, aber wir haben hier 3000 Punkte zu gewinnen und mindestens, um einzusteigen, brauchen wir ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 3 zu 1, das ist gegeben. Ja, und dann sollte natürlich in den kommenden Tagen und Wochen dieser Rutsch auch stattfinden. Ja, und wenn er anfängt stattzufinden, ziehen wir natürlich unseren Stop-Loss entsprechend nach, damit wir kein Geld mehr verlieren und zwar als erstes auf dieses hoch. Ja, genau. Gut, das soll es eigentlich schon gewesen sein für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es und teilt es auch gerne, denn ich möchte ja schon in den nächsten paar Wochen auf 1000 Abonnenten kommen und da könnt ihr mir gerne behilftig sein. Dass wir das schnellstmöglich schaffen, dass mehr Leute von diesem Kanal erfahren. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und dann gibt es am Wochenende wieder die nächste Bitcoin-Analyse. Aber es gibt ja nicht nur Bitcoins, deswegen heute mal den Hang Seng, weil ich den ganz spannend finde. Gut, das war es von mir aus Hannover. Tschüss sagt, euer Stefan Bode.